Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Heute natürlich mit einer krachenden, krachenden Fight-Ankündigung. Lasst aber vorher auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder natürlich auch ein Follower bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Ihr kennt das Ganze ja. Aber kommen wir mal zur Ankündigung und zwar wusste man UFC 261 findet am 24. April statt und zuerst hatte die UFC, ich meine, Weili Zhang vs. Rose Namajunas angekündigt und später dann Valentina Shevchenko gegen Jessica Andras. Und da dachte man sich schon, okay, das sind zwei Titelkämpfe. Das wird wieder so ein UFC-Paperview, da wird von zwei Frauentitelkämpfen angeführt und alles so schön und gut. Es sind auch zwei super gute Titelkämpfe. Ganz ehrlich, Weili Zhang gegen Thurk Rose und Shevchenko gegen Andras, das sind zwei wahnsinnig brutale Kämpfe. Genau solche Kämpfe braucht man auch, wenn man will, dass man einschaltet, wenn Frauen kämpfen. Das soll nicht böse klingen, aber wir haben gesehen bei Amanda Nunes vs. Megan Anderson, dass da das Level an Competition und Co. einfach was ganz, ganz anderes ist. Die Frauengewichtsklassen sind immer relativ mager besetzt, genauso wie das UFC-Schwergewicht. Da gibt es auch nur wenige wirklich spannende Kämpfe. Aber das sind wirklich die Kämpfe, die gemacht werden mussten. Vielleicht noch Valentina Shevchenko gegen Nunes, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall will ich zum Punkt kommen, jetzt hat die UFC das Main-Event verkündet. Und das ist ebenfalls ein Titelfight und das im UFC-Welterweight. Kamaru Usman trifft nämlich auf Jorge Masvidal. Damit löst Masvidal seine Chance auf Revanche ein. Und naja, persönlich bin ich jetzt nicht der größte Fan davon. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass dieser Kampf anders aussehen wird als der erste Kampf. Das heißt, was kann Masvidal gemacht haben, damit der Kampf anders aussieht? Vielleicht hat er viel gerungen. Aber wir haben in diesen Clips, in denen man Masvidal mit Colby Covington zu seinem Ring sieht, haben wir gesehen, Masvidals Ring wird nicht für Usman reichen. Sein Ring wird auch nicht für einen Colby Covington reichen. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Kampf anders aussehen wird. Deshalb kann ich mir aber auch vorstellen, dass Kamaru Usman diesen Kampf auch so dankend und sehr, sehr schnell angenommen hat. Ich meine, im Februar hat Usman gekämpft. Jetzt wartet er im April nochmal seinen Gürtel. Klar, der Typ hat Bock. Der Typ will aktiv sein. Mensch, im April dann schon zwei Titelkämpfe gehabt? Das muss man erstmal hinkriegen. Auf jeden Fall sehen wir am 24. April unter einer ausverkauften Arena. Usman vs. Masvidal. 15.000 Zuschauer werden dabei sein. Amerika ist da ein bisschen anders als Deutschland. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, freut ihr euch? Wie lautet eure Prognose? Schafft das Masvidal diesmal oder vielleicht haut er sogar ein Flying nie raus? Oder wird das fünf Runden lang ringen? Schreibt es mir unten rein. Folgt WeLoveMMA bei Instagram und Co. Verpasst keine News. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.